Schattengarde Ich bin in die Absinthe-Garde gekommen Nicht so schlimm weiter Ich wollte es nur testen, darum habe ich hier jetzt gewartet Vielleicht klappt das, dass ich dann in die Obsidian-Garde mit dem Test komme Weil es auf dem letzten Platz ist Ich hoffe jetzt nicht, dass es wirklich mit der tiefen Zahl oder den die da auch drin sind, zu tun haben Wie ihr seht, habe ich mich umgezogen Würde mich interessieren, wie ihr das findet Dann ein drittes Negarde von Al Von Kero und der Unterstützung der anderen Mitglieder der Garde von Al konnte ich den Kerker eingehen Gemeinsam haben sie Miko davon überzeugt, mir eine zweite Chance zu geben Aber ich hatte nicht begriffen, was das bedeuten sollte Miko ist echt lustig Du sollst Mitglied einer Garde werden Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll Ich bin dazu verpflichtet, einer Garde beizutreten Du hast vorhin von einem Refugium gesprochen Da könnte ich Da könnte ich doch hin Nein, sie hat sich klar ausgedrückt Die Jungs sollen sich um dich kümmern Und das bedeutet, dass du einer der Garde eintreten musst Aber in welche, weiß ich nicht Hast du ein bestimmtes Talent? Nichts Außergewöhnliches Aber ich bezweifle, dass es mir in dieser Welt so noch nicht weiterhilft Da könntest du recht haben Wir machen mit den Grundlagen weiter Und entscheiden dann, wie es weitergeht Was denn für Grundlagen Die Garde natürlich Ich habe dir von den vier Garde erzählt Erinnerst du dich? Ja, jede von ihnen wird von Miko und den Jungs angeführt Die gerade gegangen sind Exakt Und wenn sich die einzelnen Garde verschieden Auch wenn sich die einzelnen Garde verschieden spezialisiert haben So verfolgen sie doch alle dasselbe Ziel Auch wenn du das Gefühl hast, es herrscht eine Art Konkurrenz zwischen ihnen Mach dir keine Gedanken Das ist rein freundschaftlich Bei einem neuen Rekruten ist es normalerweise meine Aufgabe Ihm einen Test zu unterziehen Um herauszufinden welcher Garde er am besten dient Aber ein Mensch kann diesen Test nicht ablegen Vermute ich Zumindest stellt sich mir diese Frage Ja Aber vielleicht zerbreche ich mir nur unnötig im Kopf Wenn du über eine Frage stolperst Auf die du nicht antworten kannst Dann geh einfach zur nächsten über Und davon Ich hab den Test bei dem anderen Account gemacht Man kann die Frage nicht übergehen Du bist ein Lügner Tero Shane ist ein Lügner Ich krieg das schon irgendwie hin Bist du bereit? Warte, du hast gesagt, dass alle Garde letztendlich dasselbe Ziel verfolgen Bist dabei aber ziemlich vage geblieben Wozu denkt die Garde von El wirklich? Das hab ich dir schon gesagt Wir helfen den Bewohnern von Eldaria Auf alle erdenklichen Weisen Aber wenn unsere Aufgaben seit einiger Zeit doch gefährlicher und brisanter geworden sind Was ist denn passiert? Bum 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 Ist das schon ein Kristall hinter mir? Ja Er ist für unsere Welt außerordentlich wichtig Er reguliert unsere Energie Das Mana Er ist für uns sogar unverzichtbar Man könnte sagen Er ist so wichtig wie Sauerstoff Okay Und es ist noch nicht lange her Etwa ein Jahr Da war der Kristall 10 Mindestens 10 mal so groß Wieso soll das denn hier reingepasst haben? 10 mal 1 2 3 4 5 6 7 Keros steht im Weg 5 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 13 15 16 Es gab zwar immer Spezies in Eldaria, die gefährlicher waren als andere Aber jetzt ist es deutlich schlimmer geworden und es ist unsere Aufgabe aufzupassen, dass das Ganze nicht ausartet Ah, jetzt verstehe ich, warum mir Iko rot gesehen hat, als ich mich dem Kristall nähern wollte Auf dem Bild steht sie genau neben dem Kristall. Wie ist sie da zur Hölle hochgekommen? Ist das eine Rampe? Um man hoch kann? Naja, kein Grund dir Sorgen zu machen. Du wirst sicherlich nichts Gefährliches machen müssen. Diesen Outdruck habe ich gerade nicht bekommen. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Also, bist du bereit für die Frage? Jo! Perfekt. Ich habe den Fragebogen in der Bibliothek liegen. Lass uns gehen. Na, hast du den Test schon hinter dir? Frage Nummer 9 war ganz schön schwierig, oder? Äh, nein. Noch nicht. Wir wollten ihn gerade machen. Ich verstehe. Es ist also noch Zeit, das Zünglein an der Waage zu spielen. Er hat sich gebeugt, um einen Knicks zu machen. Gebeugt, um einen Knicks zu machen? Ich bin Nevra und zuständig für die Schattengarde. Wenn du möchtest, dass ich mich um dich kümmere, versuche in meine Garde zu kommen. Ich denke darüber nach. Hör damit auf, sie zu beeinflussen, Nevra. Komm, Yerseniel. Komm, Yerseniel. Lass uns gehen. Ich ging an der Seite von Kirushen, als Waikian auftauchte und auf ihn zuging, um ihn eine Frage zu stellen. Dabei ignorierte er völlig mit Anwesenheit. Böse. Der Test. Hat sie also welcher Garde zu gewesen? Eserets oder Nevras Garde? Haha, ja, es kann davon ausgehen, nicht in deine Garde zu kommen. Wir haben ihn noch nicht gemacht. Aber es wäre genauso möglich, dass sie in deine Garde kommt, weißt du? Völlig emissionslos, misstete mich Waikian von Kopf bis Fuß. Vielleicht. Kannst du kämpfen? Ich glaube, mich verteidigen zu können. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wenn du in die Opsi, die an Garde eintreten willst, dann braucht es mehr als das. Die Handhabung von Waffen ist eine Disziplin, die wir... Hey! Hör auch du bitte auf, zu versuchen, sie zu beeinflussen. Oh. Entschuldigung. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Äh... Was macht ihr hier? Hat ihr den Test schon gemerkt? Diese Frage stellt uns wirklich jeder. Das ist doch legitim. Jeder von uns will wissen, ob wir einen zusätzlichen Sklaven bekommen. Keine Sorge. Er macht nur einen Witz. Du glaubst, ich mach Witze? Nein. Das ist hier das Problem. Mach dir keine Sorgen. Solltest du wirklich in die Absenzgarde eintreten, dann würde es schon gut gehen. Ja, ab dem Moment, wo du alle Pflanzen Eldarias, die Inhaltsstoffe des Gefährtenfutters und die Eigenschaften der vielen Gifte, die man hier findet, kennst, dann kann nichts mal schief gehen. Äh... Ich... Während die anderen eher versuchen, sie auf ihre Seite zu ziehen, versuchst du eher, ihr Angst zu machen. Du bist wirklich unmöglich, SRL. Und es tut mir nicht einmal leid. Ich habe leider eine zu hohe Stimme dafür. Das habe ich nicht ganz verstanden. Meint ihr das nun ernst oder nicht? Da wären wir. Also, wo habe ich den Fragebogen noch gleich hingeräumt? Kyore suchte überall. Gleich passiert es. Gleich passiert es. Ah, da ist er ja. Sein Horn fing an zu glitzern und im selben Moment erhob sich ein Buch aus dem Regal und schwebt auf ihn zu. Aha! Ein magisches Einhorn! Hm. Wow. Wow! Wie hast du das gemacht? Wovon sprichst du? Das Buch ist von ganz alleine zu dir gekommen. Oh, ich hatte glatt vergessen, dass du nicht von mir kommst. Bestimmt schon, die Magie muss ganz schön beeindruckend sein, wenn man sie nicht kennt. Sagen wir, sie ist eine meiner Begabungen. Eine meiner Begabungen. Das ist sehr praktisch. Awww. Du hast ja keine Ahnung. Keine Vorstellung. Also, bist du bereit? Äh, ja. Wenn du eine Frage nicht verstehst, suggere nicht und frage nach. In Ordnung? Jo. Die Garde ist an das Ergebnis eines Fragenbogens gekoppelt. Sie beeinflusst nicht das Geschehen im Szenario oder die Beziehung zu den einzelnen Charakteren. Ich will trotzdem in die Obsidian Garde. Das Ranking der Garde und der Spieler ermöglicht das Erspielen von Boni und exklusiven Objekten. Einige Objekte und Gefährten sind für bestimmte Garde reserviert. Wenn du nicht in der Garde bist, die für das Objekt oder den Gefährten benötigst, so kannst du diese auch nicht erhalten. Testbeginnung. Hat der Nagellack auf? Ich lese dir am besten die Fragen vor. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob du unsere Schrift lesen kannst. Es unterscheidet sich von der Schrift der Menschen. Oh, okay. Also, die erste Frage. Welche Tageszeit magst du anlösen? Die Abenddämmung, die Morgendämmung oder die Mittagszeit? Ich muss mal kurz gucken. Okay, Obsidian ist immer noch auf dem letzten Platz. Die Mittagszeit. Gut. Welches Objekt nimmst du mit, wenn du in den Wald des Schlafes aufbrichst? Der Wald, das was? Es ist ein berühmter Ort in Eldaria. Das bringt mich auch nicht viel weiter. Also, ich sage, du hast die Wahl zwischen eine würzige Melone, ein Kissen und der Mut und ein Messer. Eine würzige Melone? Was soll das denn sein? Wir können diese Frage überspringen, wenn du willst. Nein, ich möchte einen aufgeben. Also, ich kenne die Antworten für die spezielle Garde-Daumen. Ich hatte ja auch erstens das auf einem anderen Account gemacht. Flipper, wie ihr wisst, findet ihr bei Yersinia unten in der Beschreibung, falls ihr mal sehen wollt, wie Flipper so lebt. Nein, ähm, und dann muss ich jetzt einfach mal, muss ich jetzt für Obsidian antworten und hoffen, dass es klappt. Wünschtest du mir Glück? Oder Erfolg? Mein Mut und ein Messer. Haha. Oder etwa nicht? Oh, es gibt aber weder richtige noch falsche Antworten. Es ist ein Persönlichkeitstest. Und warum lasst du dann? Diese Antwort ist einfach lustig. Okay. Kommen wir zu der dritten Frage. Was machst du in deiner Freizeit? Gehst du in die Bibliothek von Alexandria, erkundest du die Erzgruben oder bleibst du zu Hause? Die Bibliothek von Alexandria zu besuchen könnte schwierig werden. Sie existiert seit Jahrhunderten nicht mehr. Äh, äh, naja, also wir haben eine Nachbildung von ihr in Eldariel. Ja, genau, eine Nachbildung. Also, ich fing an nervös zu kichern. Ähm. Also, wie lautet deine Antwort? Die Erzgruben. Nächste Frage. Du triffst plötzlich auf einen Black Dog. Was tust du? Was ist das, ein Black Dog? Das ist kompliziert. Oh mein, was soll ich denn bloß darauf antworten? Die möglichen Antworten lauten, die möglichen Antworten lauten, ich hole meinen Mut und mein Messer hervor, ich versuche die Flucht zu ergreifen oder ich versuche ihn zu ersänftigen. Schon wieder was mit Mut und Messer? Sagen wir einmal, es ist eine Antwort, die einem Typ entspricht. Also, wie lautet deine Wahl? Ich hole meinen Mut und mein Messer hervor. Ist eingetragen. Kommen wir zur folgenden Frage. Welcher dieser drei Ferry-Spezies wählst du aus? Ich habe so ein Gefühl, als werden mir die möglichen Antworten nichts sagen. Das ist ein Fragebogen, der normalerweise den Bewohnern Eldarius gestellt wird. Die Antworten lauten, ein Redcap, ein bebrilltes Einhorn oder... Hey, wer hat sich einen Spaß erlaubt und irgendein Unsinn in mein Fragebogen geschrieben? Ein bebrilltes Einhorn? Das bist du doch, oder? Ich bin sicher, das war Ezreal. Er lässt wirklich nichts aus. Entschuldige, die richtigen Antwort lauten... Antwort... Auswahlmöglichkeiten lauten ein Redcap, ein Corrigan oder ein Blem... Ein Redcap ist... Absinth, Schatten, Obsidian. Gut, welches der folgenden Objekte enthält das am meisten Mana? Ein bisschen an Kaffeebohnen, purifiziertes oder so ähnliches, Wasser oder unbehandelte Holzasche? Ein bisschen an Kaffeebohnen. Sehr gut, und was ist dein liebstes Lebensmittel? Honig, Milch oder Brot? Das sind alle Auswahlmöglichkeiten? Die sind ja ganz schön banal. Dabei braucht es nichts ausgefallenes. Naja, aber Brot? Erinnerst du dich? Das war das, was der kleine Junge Stohn hat. Brot ist ein übliches Lebensmittel in der Ältarie. Also, was magst du am meisten? Honig, Absinth, Schatten... Ach, Brot war das. Ich esse auch gerne Cheeseburger, Pizza, Donuts... Dömer... Haha, tut mir leid, aber das kann ich nicht in meinen Fragebogen eintragen. Schade. Los, wir sind bald fertig. Es bleiben nur noch drei Fragen übrig. Die nächste lautet, hofer hast du in Ältarie am meisten Angst vor den Illuminaten, den Triaden oder den Templern? Hm? Aber das sind doch Begriffe aus meiner Welt. Nicht nur. Was soll das heißen? Tut mir leid, aber dir alles zu erklären würde Stunden dauern. Willst du nicht einfach eine Antwort auswählen? In Ordnung, aber du musst es mir später noch erklären. Die Illuminaten! Okay, also dann, äh, die nächste Frage. Er scheint panisch berührt zu sein. Warum? Wessen Befehlen musst du gehorchen? Welche Antworten stehen in der Auswahl? Also da wären Mieko, Mieko oder Mieko? Äh, zusätzlich Mieko... Also immer noch Mieko. Und zum Schluss die letzte Frage. In welche Garde würdest du gerne eintreten? Eigentlich eine Frage, auf die ich die Antwort weiß. Oh, das waren doch nicht nur schwere Fragen. Die vorletzte war doch zum Beispiel ganz einfach. Der vorletzte war etwas seltsam. Also in welche Garde möchtest du gerne eintreten? In die Obsidian-Garde. Obsidian-Garde. Perfekt. Warte bitte kurz, ich zähle die Punkte zu. Ich geh kotzen, wenn ich nicht in die Obsidian-Garde komme. Dann wissen wir alle, dann habe ich dem Beweis gemacht, dass es eine Anzahl der Leute, die da drin sind, liegt und nicht eine Punktzahl. Ich zähle die Punkte zusammen. Es hat einige Minuten gedauert, bis er wieder zu mir aufsah. Ja! Wie es aussieht, hast du eher eine Neigung zu Waffen und zu Courage. Aus diesem Grund wirst du dich der Obsidian-Garde anschießen. Ja! Leute, wir haben den Beweis, das liegt an den Punkten und nicht an den Leuten, die da drin sind. Oder an der Gesamtpunktzahl oder wie auch immer. Leute, ich bin happy! Ja! Eine Neigung? Auf mindestens die Hälfte der Frage habe ich doch nach dem Zufallsprinzip geantwortet. Das ist nun mal das Testergebnis. Du bist von jetzt an Mitglied der Garde. Gib für deine Garde dein Bestes, sodass sie den bestmöglichen Platz im Ranking erreichen kann. Bestmöglicher Platz im Ranking? Ja, jeden Monat nennen wir die stärkste Garde von L. Ich erkläre dir schnell das Ranking-System. To terrorize. Starten. Ja! Ja! Obsidian! Oh! Das passt perfekt zu meinen Augen. Dieses komische egelische Ding ist rot und das passt ja perfekt zu meinen Augen. Ja. Deine Garde beantwortet den Fortschritt der Episoden in keiner Weise. Das Garde-Ranking dient jeglich dazu, die Spieler zu unterhalten und Bonusgewinne zu verleihen. Außerdem sind einige Gegenstände oder Gefährten für bestimmte Garde reserviert. Deine Erfahrungspunkte werden dem Score deiner Garde hinzugefügt. Jeden Monat erhält die führende Garde einen Gegenstand als Belohnung. Alle Spieler dieser Garde finden dann den Bonusgegenstand in ihrem Inventar. Die 10 besten Spieler des Monats aus allen Garten zusammen erhalten ebenfalls das Objekt des Monats. Hm. Auch ich wusste, dass das in keiner Weise beeinflusst. Ich wollte bloß unbedingt in die Obsidian-Garde. Hier steht die Anzahl aktiver Spieler pro Garde. Das hatte ich gemeint mit aktiver. Hier ist sie ja am wenigsten. Und die haben Zweitfehl, aber die haben nun mal im Moment am wenigsten Punkte. Also wissen wir jetzt, es liegt wirklich an den Punkten, wer irgendwie auf Platz 3 ist. Damit die die Chance haben aufzuholen. Nicht, dass wenn Schattengarde Platz 1 ist, total weit vorne ist und immer mehr Punkte bekommt. Irgendwie so. Hier siehst du den Score des Monats der einzelnen Garde. Die Garde mit den meisten Punkten erhält am Ende des Monats das Bonusobjekt. Am Anfang jeden Monats werden die Punkte auf 0 zurückgesetzt. Hier findest du den Gesamtscore der einzelnen Garde seit dem Beginn des Spiels. Diese Zahl dient lediglich der Information. Ja, haben wir das bitte gemacht? Eldaria existiert nicht mal seit einem Monat. Score, insgesamt Score. Die haben da nie so viel... Egal, scheiß drauf. Ich will nicht weiter darüber nachdenken. Jetzt wo du an der Garde angehörst, können wir dir auch einen Gefährten anvertrauen. Ein Gefährte? Was soll das sein? Das sind Kreaturen Eldarias. Schafft man es sie zu zähmen, können sie zu sehr loyalen Begleitern werden. In der Garde von L hat der Großteil der Mitglieder einen Gefährten. Oh, da ist etwa auch ein? Ich würde ihn gerne sehen. Haha, natürlich. Er ist allerdings gerade unterwegs. Er hat einen Pfiff abgegeben. Es ist ein Sirip von... Passt unglaublich gut zu ihm. Der ist ja niedlich. Ich soll so etwas Süßes also auch bekommen? Nicht von dieser Art. Aber es gibt noch drei weitere Gefährtenarten, die für dich in Frage kommen. Es gibt dafür einen anderen Fragebogen, um dir deinen ersten Gefährten anzuvertrauen. Was hältst du davon, wenn wir damit direkt weitermachen? Noch einen? Man könnte mal einen ohne Fragebögen würdet ihr gar nicht klarkommen. Nein, das sind die einzigen. Also, es gibt schon noch andere, aber ich glaube nicht, dass du irgendwann dazu Gelegenheit bekommen wirst, sie zu beantworten. Der Fragebogen für die Gefährten ist allerdings in meinem Zimmer. Kommst du? Sure. Warte kurz auf mich. Mein Zimmer ist da vorne. Okay. Ich komme sofort wieder. Kero ist am Ende des Flusses verschwunden. Das mache ich nur. Das wäre die Gelegenheit, um mich davon zu machen. Dir ist schon klar, dass das schon beim ersten Mal und zweiten Mal nicht geklappt hat. Ungeduldig hin und her gehen. Da weiß ich, dass Nefra kommt. Warten, bis Kero zurückkommt. So schnell wie möglich davon laufen. Das will ich nicht. Ich will warten. Ich habe mich keinen Zentimeter voll bewegt und auf Kero gewartet, als sie mir von hinten eine Hand auf die Schütte legte. Lass das Wahlkern sein. Lass das Wahlkern sein. Nein! Ach, wir laufen uns in letzter Zeit echt oft über den Weg. Was machst du denn so alleine? Hier denn so alleine? Oh, ich warte auf Kero. Er ist in sein Zimmer gegangen, um etwas zu holen. Er hat mich gebeten, mich nicht vom Fleck zu rühren. Hast du gedacht, du könntest von hier verschwinden? Ich wollte nicht von hier verschw- Ezare, musst du nicht das Lager des Alchemie-Labors durchzählen? Genau. Oh, doch. Aber ich wollte nur... Ich muss das wirklich? Das ist auf der anderen Seite des Haikyus. Haikyuu. Ich bin so trottelig. Ich muss mich schon wieder verlaufen haben. Ja, natürlich. Also, Yasinia, bist du bereit für die nächsten Fragen? Ja. Sehr gut. Hier also die erste Frage. Welche der Folgen am Ende findest du am Appetitlichsten? Ein gezuckertes Ei, eine Bambusprosse oder eine Baumwollblüte? Das sind ja außergewöhnliche Lebensmittel. Gefährten ändern sich anders als wir. Deshalb fallen die Möglichkeiten so aus. Wie lautet deine Antwort? Das gezuckerte Ei ist für ein Korko. Das habe ich bei Flipper. Die Bambusprosse ist für dieses BK-Loo-Ding oder irgendwie so. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte dieses weiße Ding haben, die Baumwollblüte also. Okay, nächste Frage. Hättest du gerne einen süßen, einen starken oder einen kleinen Gefährten? Süß. Süß war das, was ich möchte. Stark war das Korko. Klein ist das BK-Ding, wie auch immer. Sehr schön. Was erwartest du von einem Gefährten? Dass er über ein Messer und Mut viel Zuneigung oder Schnelligkeit verfügt. Schon wieder dieses Messer- und Mut-Kram? Aha. Wie gesagt, handelt es sich dabei um eine Art Typenfrage. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das weiß ich ernsthaft nicht. Ähm, viel Zuneigung war bei dem BK, glaube ich. Dass er schnell ist, war aber das Korko, oder? Ach, Messer und Mut, egal. Kann man nicht viel falsch machen. Bin in der Obsidian gerade. Haha. Du musst für einige Zeit weg. Was tust du mit deinem Gefährten? Du überlässt ihn einem Freund? Du bringst ihn in eine Gefährtenbetreuung? Oder du glaubst, er kommt allein zurück? Zurück. Ich gebe ihn einem Freund. Er kommt schon zurecht. Betreuung war das Korko, glaube ich. Er kommt schon zurecht, war das Salabi. Irgendwie so. Und nun zur letzten Frage. Wie viel Zeit glaubst du, für deinen Gefährten aufbringen zu können? Das Maximum, das Minimum oder eben die Zeit, die er benötigt? Ist das eine Fangfrage? Nein, warum? Wenn ich das Minimum antworte, bekomme ich keinen Gefährten, oder? Oh, doch. Es gibt Gefährten, die nicht besonders viel Aufmerksamkeit ihres Besitzers benötigen. Du enthältst den Gefährten, der deinen Bedürfnissen am ehesten entspricht. Oh, dann nehme ich das Minimum, die Zeit, die er benötigt, das Maximum. Die Zeit, die er eben benötigt. Super. Da es sich um einen Fragebogen handelt, der nicht besonders lang ist, kann ich dir direkt sagen, welcher Gefährte zu dir am besten passt. Bitte, das Salabi. Das Salabi. Ich will das Salabi. Ich will das Salabi. Hallo? Also, ich muss weiterklicken. Ja! Äh, Sabili. Sorry. Die Gefährte, von dem du immer getrunkt hast, ist ein Sabili. Was ist das? Ha, du wirst schon sehen. Oh, ein Sabili. Alle Gefährten sind zu Anfang noch in ihrem Ei. Um sie zum Schlüpfen zu bringen, benötigst du einen Brutkasten. Hier, ich gebe dir einen. Ich habe den seltsamen Gegenstand entgegen genommen, den er mir hinhebt. Lege das Ei in den Brutkasten, bis es schlüpft und begrüße dann deinen neuen Gefährten. In einigen Fällen brauchst du dabei allerdings etwas Geduld. Manche Eier brauchen mehr Zeit zum Schlüpfen. Aber bei diesem hier sollte es recht schnell gehen. Der Tariel, ein Ei zum Schlüpfen bringen. Geh schnell auf die Seite des Gefährten. Jawohl. Hier ist der Brutkasten, den du von Kerochen geschenkt bekommen hast. Das Ei kannst du dort ausdrücken, indem du es hineinlegst. Das ist dein erstes Gefährten-Ei. Lege es in den Brutkasten und du erhältst eine Nachricht, sobald das Ei geschlüpft ist. Das Ei zum Schlüpfen bringt, dauert das Schlüpfen 15 Minuten. Dann machen wir mal kurz Cut. Ich mache weiter, wenn das Ei geschlüpft ist. Was der Taun Patrick ausg uniform ist? Untertitelung des ZDF, 2020